Woche 30 Grundhaltung zum Gotteszugang Der religiöse Zugang zur Welt darf nicht gekoppelt sein mit einer autoritären Denkstruktur. Es gibt nicht das unbedingt Wahre, nur weil es in einer Schrift steht oder ein Heiliger davon gesprochen hat. Ein zaghafter Widerspruch gilt in einem solchen Denksystem bereits als Heresie und wird von Angst besetzt. Der innere Weg ist dazu angelegt, Kritik einzuladen, die Möglichkeit einer Falsifikation zuzulassen und wenn bisherige Überzeugungen sich als Irrtum erweisen, diese auch zu korrigieren. Das ist die Grundhaltung, welche von der Wahrheitssuche gefordert wird. Wahrheit hat nichts zu verbergen oder zu verteidigen. Sie ist souverän und selbstleuchtend. Sie wird durch Infragestellung nie geschmälert. Sie lädt genauere Untersuchungen immer ein und darf sich dabei immer mehr vertiefen. Niemals braucht man scheinbare Widersprüche zu fürchten. Die Konfrontation mit Widersprüchen stärkt den Geist und bewahrt ihn vor der Tendenz der Einschläferung. Die geistige Vitalität des inneren Weges fordert das Einlassen auf das Abenteuer, welches einen aus allen abgesteckten Denkstrukturen heraushebt, denn allzu oft wird der religiöse Pfad als das treue Funktionieren in der Repetition des bereits Bekannten verstanden. Die Dankbarkeit zum religiösen Glauben enthebt einen nicht davon, persönlich immer wieder neue Ansätze zu ergründen, die vielleicht in der eigenen Tradition nicht einmal existieren. Es gibt eine träge, andrenierte Orientierung, in welcher das vorrangigste philosophische Projekt nicht mehr die aufrichtige und disziplinierte Bemühung ist, sich der Wahrheit zu stellen, ihr zu begegnen, sich von ihr berühren zu lassen, sich ihr zu öffnen, sondern eine bereits für sich definierte Wahrheit zu studieren, auswendig zu lernen, zu verinnerlichen, zu lehren und zu verteidigen. Dies wird zu vorverdauter Wahrheit, nach der man nicht mehr forscht, die einem aber einfach serviert wird. In dem Verbissenen festhalten, das aus der Unsicherheit oder sogar dem noch nicht bewusst gewordenen Zweifel zur eigenen Form der Spiritualität herrührt, erfüllt man nicht einmal mehr die Grundanforderungen eines Menschen, wie es einem im Vedanta Sutra aufgetragen wird. Jetzt, wo du den seltenen menschlichen Körper erhalten hast, suche ständig nach letztendlicher Wahrheit. Anstatt alle Fähigkeiten unseres Bewusstseins, dem angstlosen Streben nach Wahrheit, mit reflektiver und nachdenklicher Offenheit zu all dem, was sich zur Untersuchung oder Erfahrung anbietet, zu widmen, schwenkt man nur den Banner von empfangener Wahrheit. Man glaubt, gefunden zu haben und fährt einfach fort, unabhängig, inwiefern diese Wahrheit mit der Wirklichkeit übereinstimmen mag. Das loyale und hartnäckige Verteidigen der empfangenen Wahrheit in Anbedacht einer nichtbeständigen Wirklichkeit ist nicht das mutige Auflösen von Illusion, um heilige Wahrheit zu schützen, sondern vielmehr ein feiges Verstecken vor möglichem Aufdecken von Inkonsistenz der eigenen kleinen Wahrheit. Dies ist eine brüchige Sicherheit, die vorgibt, erleuchtende Gewissheit zu sein. Es ist aber ein Verrat zur echten Wahrheitssuche. Der Weg zu Krishna hin ist kontinuierliches Gehen und jeder neue Schritt enthüllt den Vorherigen als unvollständig. Das Ich, diese Scheinidentitätsrolle, darf abgebaut und aufgelöst werden. Vor Sri Krishna gibt es nichts zu verbergen und vor der Welt nichts darzustellen. Auf dem Pfad der Hingabe existiert eine feine Linie zwischen Kontemplation, in Klammer Versenkung in Gott, und dem Nicht-mehr-Wollen, dem Genug von der Welt haben, der traurigen Abkehr von den Geschehnissen der Welt, in der man nicht mehr leben will, eben dem Überdruss. Diese anfänglich feine Linie unterscheidet aber letztlich zwischen heiliger Belebtheit und der Leblosigkeit, zwischen durch Liebung der Welt, in Klammer, sie von der Liebe zu Krishna hin durchdringen und der tiefen Abneigung zu dieser Welt mit ihren Zuständen, also zwischen Freiheit und Gebundenheit. Deshalb ist in Bhakti nicht so sehr die Tätigkeit von Bedeutung, sondern die Absicht, mit der sie ausgeführt wird. Das ist eine große Rolle,